Firmungen finden zwar fast das ganze Jahr über statt, doch jetzt rund um Pfingsten ist sozusagen Hochsaison für das Sakrament, das junge Katholiken mit den Gaben des Heiligen Geistes ausrüsten soll. Weihbischof Anton Losinger, hier bei der Firmenspendung in Fischach im letzten Jahr, ist einer derjenigen, die den Bischof in dieser Aufgabe unterstützen. Eine geistliche Aufgabe, die aber auch viel Organisation erfordert. Das ist im Kirchenrecht so vorgegeben. Der Bischof ist der eigentliche Firmenspender in seinem Bistum. Deshalb wird die Firmung auch im Bischofshaus vorbereitet, im Sagittariat, und spenden darf eigentlich nur der Bischof oder von ihm beauftragte Personen. Also bei uns ist es der Bischof, bei uns sind es die Weihbischöfe und die Domkapitulare im Wesentlichen. Also insgesamt 16 Firmenspender. 1.000 Pfarreien hat das Bistum, zusammengefasst in 23 Dekanate. Dieser Struktur folgend hat der Bischof vor drei Jahren in Absprache mit dem Domkapitel und dem Priesterrat eine Neuregelung getroffen, um die 200 Firmungen pro Jahr einheitlicher und transparenter zu organisieren. Die Neuregelung besagt, dass es in jedem Dekanat in jedem Jahr einen festen Firmenspender gibt, aus diesem Kreis, den ich gerade genannt habe, und das wechselt. Also wenn ich jetzt in diesem Jahr Firmenspender in Nöttlingen wäre, kann es sein, dass ich im nächsten Jahr Firmenspender in Sonthofen bin. Also die Firmenspender wechseln von Jahr zu Jahr durch. Aber es gibt nur einen festen Firmenspender pro Dekanat. Eine gewisse Ausnahme stellen Äbte dar, die in vielen Bistümern zum Kreis der Firmenspender zählen. Im Bistum Augsburg firmen sie, so wie Abt Theodor Hausmann von St. Stephan, in ihren eigenen Schulen. Darüber hinaus sind sie dann Firmenspender, wenn sie, so wie der emeritierte Benediktinerabt Emmeram Krenkel, die Möglichkeit haben, ein ganzes Dekanat – bei ihm ist es Sonthofen – zu übernehmen. Amen. 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 Amen.